Hallo, ich bin der Wari und ich habe eine neue Kamera von KJK zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar ist das die LK226. Ich hatte ja von KJK schon mal eine Kamera gehabt, die war gar nicht so übel. Die habe ich aber dem Carlos verschenkt. Jedenfalls ist das jetzt die 226. Die hänge ich jetzt hier an, lasse eine Woche hier oder mal vielleicht auch länger, mal gucken. Und dann gucken wir mal, wie die hier sich macht. Die Kamera hat ein Stativgewinde, es ist ein kleiner SD-Karten-Slot verbaut, ein Mini-USB-Anschluss und ein Audio-Video-Anschluss, was ich allerdings kaum noch nutze. Verdreht. Die KJKs haben immer noch diese Funktion mit dem Smart-Video. Allerdings gefällt mir nicht, was bei diesem Smart-Video rauskommt. Ich denke mal, es ist dafür gedacht, dass so viel wie möglich Videos auf der Speicherkarte draufpassen mit so wenig Speicherplatz wie möglich. Aber mir gefällt die Einstellung nicht. Meine steht auf 1080p. Tonaufnahme ist natürlich aktiv. So, wo ist an? Das ist nicht an, weil bei an kommt normalerweise ein Countdown. Also war der Schalter jetzt verkehrt rum. Jetzt so rum. Jetzt kommt der Countdown. So sehe ich, dass der Schalter richtig rum eingeschaltet wurde. So, Schloss ran. Und dann sehen wir uns in der Woche wieder. Okay, hier rauf. Da lang. Und da hinten wieder runter. Ich würde sagen, Fuchs. Bisschen Rambazamba hier. KJK 226. Oh, na geil. Diese kleine Speicherkarte fällt natürlich runter im Schnee. Gut, dass der Schnee ein bisschen fest ist, sonst wäre die jetzt weg. Speicherkarten haben es nämlich irgendwie an sich, wenn die in den Schnee reinfallen, dass die so im Schnee unterirdisch wegschlittern. Gespeichert wird in AVI. Sehr schön. Kann ich nicht abspielen. Ja, brauchst du mir doch nicht nochmal sagen, dass du das nicht abspielen kannst. Wie sehen denn die Fotos aus? Oh. Ooh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Einfach rein, Hashtag KJK226 und dann lose ich die demnächst aus, so 14 Tage vielleicht oder so, mal gucken. Und dann lose ich die aus und dann kriegt der Gewinner von mir diese Kamera und ich packe noch eine Kleinigkeit von mir selber mit rein. Das war es jetzt von mir. Wenn ihr abonniert habt, dann verpasst ihr die neuesten Videos auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Ciao. Euer Wari. Äh, wieso sind die so zerkratzt? Stativgefinde. Gefinde. Weil. Weil, weil, weil. Äh, Text? Nee, nicht Text. Drahtzeilen. Bleibt gesund, wenn ihr abonniert habt.